Das ist leider so, also diese Kinder haben wirklich keine Lobby, man schaut immer noch aufs Geld, man schaut auf irgendwelche rechtlichen Rangenbedingungen. So ändert sich die Gesellschaft und dementsprechend müssen sie das Angebot ändern und die stationären Einrichtungen weiterentwickeln. Diese Generation wird genauso wie die jetzige Generation oder die vor Generation irgendwann einmal die Gesellschaft tragen müssen, also das ist definitiv eine Investition in die Zukunft. Wenn man sich heute anschaut, man weiß eh, was ein Gefängnisplatz oder sowas kostet und das vermeidbar ist, ist es auch finanzieller Einnahmevortil für die Gesellschaft. Aber wir brauchen eine nachhaltige Politik, wir brauchen eine Politik, die länger wirksam ist und ich glaube, wir können nicht genug in unsere Kinder und Jugendlichen investieren. Jeder Jugendliche, der uns auf dem ganzen Weg irgendwo verloren geht, ist einer zu viel.